Ah, jetzt ist Tag, oder? Ja. Ähm. Ja. Hm. Da laufe ich hier halt mit halbem Schaden rum. Äh, Herzen. Okay, die hätte ich jetzt nicht mitnehmen, bis sind die beiden egal. Ach, schade, ich dachte, ich kann jetzt wenigstens quasi umsonst ähm, sprinten. Ah, ach, es geht wohl nicht. Warum müssen denn hier jetzt noch Creeper rumlaufen gerade? Sag mal. Warum? Egal, dich kann ich wenigstens nutzen als quasi kostenloser Sprengstoff. Ach, warum explodierst du nicht? Naja, okay. So, ich bin nicht gestorben. Und hab Blöcke erhalten. Also da war der Creeper mal nützlich. Siehst du, und? Ich hab sogar meine Erde verbaut. Hey, wie schön. Ähm. Ja, der dieser das ist scharf. Das ist doch wirklich. So. Das sieht wirklich so aus, als würde das das fast auffüllen. Meine Güte, das wäre ja das wäre ein Glückstreffer, wenn das klappen würde. So. Ähm. Ich wollte hier entlang das machen. So, jetzt wollte ich noch das abbauen. So. Ähm. Warum nicht das Wasser da rein? Hm. Naja. Äh. Ja. Das ist wohl falsch gebaut gewesen von mir. Naja, ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Oh, guck mal. Das müsste gleicht sich das nicht aus? Nein. Kein bisschen. Okay. Eigentlich könnte ich das jetzt so lassen. Ähm. Ein paar Blöcke, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das also ich weiß schon, wie ich das bauen will, aber noch nicht, ähm wie das in der Praxis aussehen wird. Ich will das jetzt so linienförmig machen. So. So. Ähm. Mir fällt gerade auch ein so im Kopf, ich habe ja noch Sonnt dabei, muss ich gleich auch noch brennen zu Glas, dann kann ich sogar Fensterscheiben schon mal in unser Haus bauen. Wo ich noch überlege, ob ich Fensterscheiben mit der Höhe von 1 machen wollte oder mit der Höhe von 3. Guck ich noch. Ich glaube, ich werde so ein Mix machen, das dann so eher nachdem wo, das Toilettenfenster natürlich mit 3 und äh, Wohnzimmerfenster, wo ja niemand reingucken soll, muss dann so mit 1 sein. So. Äh, ich dachte gerade, das wäre irgendwas gefährliches, aber seit Schafe einem nicht mehr schubsen können, sind sie ja nicht mehr gefährlich. So. Gut. Ich glaube, ich sehe auch gerade schon, weil das hier tiefer ist. Deswegen läuft da das ganze Wasser ab. Du kleines Schaf, ne? Ich kriege echt noch wegen dir irgendeinen Kollaps. So. Dann halt anders. Ich brauche eh nur dieses Stock weg. Alles andere wäre schlechter für mich. weil ich sonst die Lebensmittel wahrscheinlich so zur Hälfte vom Grund suchen müsste. So. Ich will auch nur dahin jetzt auf das bisschen abbauen. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, warum diese Erde äh. Also. Warum diese Insel übrig geblieben ist. So. Oh, 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 oh. Da füllt sich gerade das ganze Wasser. So. Hier, da machen wir noch die Klappe zu und wir haben quasi einen neuen Ozean geschaffen. Oh, oh, oh. Da darf natürlich nichts reinfließen. So. Oh, äh, da hinten fließt noch Wasser. Da ist wahrscheinlich ja, da ist ein Loch. Wie schön. Jetzt haben wir hier ein neues Gelände. Und das passt sich doch super hier rein, ne? Wie viel? Ah, ja, das muss ich mit der Erde jetzt machen nämlich noch. Okay. Jetzt ist nämlich meine nächste Aufgabe dass ich hier überall unter Wasser eigentlich quasi nur einen Block Wassertiefe habe. Dass es so aussieht wie da. Und dazu brauche ich erstmal ganz viel Erde. und ach scheiße. Und als nächstes werde ich noch diese Streifen machen. Dafür brauche ich auch Erde. Also ihr seht das wird wirklich ganz 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 viel Erde benötigen. Aber wenigstens funktioniert das. Und es sieht danach halbwegs so aus als wäre das geplant. Also ich meine es ist ja auch immer diese falsch gesetzten Blöcke, ne? Ich könnte wirklich mich aufregen. So. Und das Schöne ist dass hier eigentlich so ziemlich jeder Block verwendet werden kann weil hier wächst ja nichts drauf sondern hier werden ja nur die Items aufgefangen. Und das Schöne Punkt 2 ist ja dass man das nicht direkt sieht diese ganzen Veränderungen der Wassertiefe betreffend. Ich meine okay wenn da jetzt irgendwann ein Ozean ist wo der riesig ist aber dann ist das alles nur Tiefe 1 ja okay das sieht man dann wahrscheinlich aber so an sich ist das glaube ich eher nicht so schlimm. wenn das alles dann noch wird ja bestimmt in 100 Jahren noch geändert von mir das alles noch einheitlich am besten mit Sand finde ich nicht mit Erde weil es wahrscheinlich zu lange dauern wird ach ja jetzt könnte ich die Erde die Erde nämlich gebrauchen so ich werde sehen das wird lange dauert ich meine ich finde das sieht jetzt wirklich nicht schlimm schlimm aus so da wo es vielleicht ganz tief ist mache ich sogar vielleicht eine Wasser Tiefe von zwei weil das dann dunkler und einfach schöner wirkt hier ist eine ganze Erde aber ich überlege noch Kies können wir auch noch mitnehmen hier Pflasterstein lassen war mal lieber so jetzt brauche ich nicht so viele Schaufeln im Inventar sondern eher welche in meiner richtigen Inventarbox weil ich ja hauptsächlich Erde jetzt im Hand Inventar brauche so das Lied ist mir neu das ist sonderbar würde jetzt die Frau von dem Crystal Tower von Warcraft 3 sagen oder sie würde sagen ich versuche zu denken ich weiß ja nicht wer alles hier Warcraft 3 gespielt hat ich weiß ja nicht ob das in jeder Map vorkommt aber ich weiß das ist in die Sonnen wieder unter die Tage sind doch echt zu kurz hier für alles ach doch klar kenne ich das Lied klar ich kannte nur den Anfang nicht und jetzt beginnt da schon wieder die Nacht das ist doch alles hier zum kotzen aber naja was soll man tun ne außer schlafen hätte ich jetzt immer noch kein Bett ne dann wüsste ich auch nicht und stell mal vor würdest du auf einem Insel Ozean Biom starten nur deine 20 Blöcke Insel du hast keine Schafe und dann müsstest du da überleben du könntest ja nie ein Bett bauen nie weil du ja keine Betten mit Wolle bauen kannst